Ich habe Gold gefunden. Sea Lords und Sea Ladies, wie ihr schon gesehen habt, geht es heute um den Captain Morgan Spiced Gold. Nicht Rum, denn der hat nur 35 Volumenprozente und Rum ist ja erst ab 37,5. Nichtsdestowen, ja trotz, geile Spirituose auf Rum Basis, das darfst du sagen. Basis ist ein weißer Rum aus Jamaika, nichts großartiges, ein Jahr gelagert. Einige sagen sogar in Eichenfässern, aber Freunde, diese Farbe kommt von Zuckerkouleur, soll ja auch nach was aussehen, steht auch drauf. Hier schön Gold eben und ansonsten werden noch weitere Aromastoffe hinzugetan. Der Hersteller gibt an, nur natürliche Aromastoffe zu verwenden. Ihr habt es schon mal gehört, Erdbeeraromen gibt es auch aus Baumrinde, Vanille gibt es aus Holzschnipseln oder teilweise auch aus Hefepilzen. Also das ist dann alles unter natürlich zu verstehen. Könnt ihr selbst entscheiden, der Geschmack ist ja wahrscheinlich das, worauf es ankommt. Aber wer war nun dieser Captain Morgan? Engländer war er, eigentlich aus Wales, also Walliser. Irgendwann so um 1635 geboren, machte er rüber in die Karibik und wurde dort um 1655 bummelig Freibeuter der britischen Krone. Also eigentlich Pirat unter britischer Flagge. Und da hat er mal ein paar Spanier platt gemacht. Mochten die Engländer sowieso nicht, also weg damit. Der war aber echt gewitzt, der Junge. Er hat sich so ein Stückchen von seiner Beute zur Seite getan. Und danach konnte er eigene Schiffe chartern, auf eigene Kaperfahrten gehen. Also er hat sich dann schon sein Vermögen zurecht gebastelt. Bis er, 1665 ungefähr, dann nach Panama kam und dort mal rigoros alles niederbrannte und metzelte, was ihm so in den Weg kam. Fand er eine gute Idee? Der König von England nicht unbedingt. Warum? Weil die Spanier genau deswegen sagten, pass mal auf König von England, eigentlich sind wir ja Kumpels, lass mal ein bisschen Friede machen. Glücklicherweise hatte unser guter Henry Morgan auch noch ein paar sehr sehr einflussreiche Freunde in England. Kam ihm zugute, Gott sei Dank, denn anstatt irgendwie ins Gefängnis in den Tower geschmissen zu werden, nein, wurde geadelt. Also irgendwann war es Sir Henry Morgan und der ging wieder zurück nach Jamaika und wurde dort Gouverneur und Richter und ach komm, was willst du alles, ne? Also hohe Position, hielt ihn allerdings auch nicht davon ab, dann doch dem Alkohol und den Frauen zuzusprechen. Irgendwann 1688 hat es ihn dann auch erwischt. Todesursache unbekannt, könnte Tuberkulose gewesen sein, Syphilis, Leberzirrhose, wer weiß das schon. Hat halt ein buntes Leben gehabt, der Junge, aber war auch nicht ganz doof. Jedoch hat er nicht so wahnsinnig viel mit der Marketingfigur hier, die auf der Flasche prangt, zu tun. Aber davon müssen wir uns ja unseren Traum nicht kaputt machen lassen. Also, Captain Morgan, wollen wir ihn mal probieren? Wie immer habe ich hier mein kleines Tastingglas und ehrlich gesagt, pur muss er nicht, ne? Muss er überhaupt nicht, aber riecht schon mal gut. Vanillig, karamellig, ich hab ja gesagt Spaß im Glas, aber dann auch eine ziemliche Alkoholnote. Mein lieber Schwan, wenn du einfach mal so rüber rüsselst, da bleibt nicht wahnsinnig viel übrig von dieser ganzen Piraten-Seefahrer-Bambus-Romantik. Auf euch. Oh, ne, also, ey, mein, wahrscheinlich kennt ihr das alle. Pur ist der echt nix. Also nicht mal mit Eis, würde ich sagen. Alter Schwede. Der brennt nach, quasi der Nachbrenner. Mein Gott. Aber natürlich, die Vanille da drin, die erschlingt alles. Also, wenn das wirklich natürlich und nur aus dem Fass ist, das kann hier keiner erzählen. Ist ein schöner, netter Szenedrink, den man mit Sachen mischen kann. So, und womit man ihn mischt, das erzähle ich euch in meinem nächsten Video. Für jetzt sage ich erstmal Tschüss, vielen Dank fürs Zusehen und dass ihr mir zugehört habt. Schreibt mir gern einen Kommentar, womit ihr denn diesen Captain Morgan so gerne mischt oder was ihr für den ganzen Spaß hier haltet. Vielen Dank und bis zum nächsten Rum. Ah, ist ja gar keiner.